Technik schnell erklärt und heute geht es um das mobile Balkonkraftwerk bestehend aus Powerstation und Solarpanel und das war's und schon kann es losgehen. Für das mobile Balkonkraftwerk braucht man natürlich als erstes eine Powerstation und heute habe ich mir das Allpowers R2500 Modell dafür ausgesucht. Für was ist so eine portable Powerstation überhaupt gedacht. Also in erster Linie haben wir natürlich eine mobile Powerstation. Das heißt wir können die Station natürlich überall mitnehmen, sei es mit dem Camper unterwegs zu sein oder auf einer Grillparty oder einfach nur Bereiche wo wir einfach keinen Strom haben. Wie zum Beispiel in der Garage, wenn man da keinen Strom verlegt hat und man möchte was arbeiten, dann geht da natürlich genauso. Wer die Powerstation für seinen Camper nutzt, der hat hier natürlich mehrere Vorteile. Erstens, es ist mobil und zweitens, man muss nicht alles komplett verbauen. Das heißt, wenn man sich mit der Elektrik nicht auskennt, mit der Elektrikverlegung, dann kann man sich das alles ersparen. Man setzt nur den hier ein an einem festen Platz und dann hat man schon seine 230 Volt oder seinen USB-Anschluss, also 12 Volt. Ich verwende die Powerstation natürlich nicht nur für den Camper, weil ich natürlich nicht so oft im Jahr campen gehe und dann wäre es einfach nur Verschwendung. die Powerstation irgendwo in der Ecke liegen zu lassen. Deshalb verwende ich meine Powerstation eigentlich das ganze Jahr über auf dem Balkon als Balkonkraftwerk. Bevor es jetzt an die technischen Details von dem Gerät geht, erkläre ich euch jetzt erst mal, was eine mobile Powerstation überhaupt ist. Eine mobile Powerstation ist eigentlich nichts anderes, wie eine Batterie, die innen drin verbaut ist. Dann haben wir hier sämtliche Anschlüsse. Wir haben 230 Volt, das heißt, ein Konverter ist schon mit eingebaut. Das wandelt dann direkt auf 230 Volt Strom um. Genauso haben wir hier sämtliche Anschlüsse, wie USB-Anschlüsse, wie bereits gesagt 230 Volt-Anschlüsse und das Autoladegerät bzw. der Zigarettenanzünder, wer das noch kennt. Dazu haben wir hier noch ein Display. Hier kann man ablesen, wie viel Reststrom noch da ist, bzw. wie viel Prozent Strom noch zur Verfügung steht, wie viel Watt ausgeht, wie viel Watt reinkommt und so weiter. Das können wir hier alles an dem Display ablesen. Zusätzlich verfügt das Gerät auch noch über Bluetooth. Das heißt, wir können hier alle Daten bzw. alles, was wir umstellen wollen, an, aus, können wir alles dann per App auch noch jeweils steuern. Ja, wie ihr hier schon seht, das ist eine recht große Powerstation und mit groß meine ich auch richtig groß. Wir haben hier 2016 Wattstunden an Kapazität. Das entspricht 42 Ampere Stunden Batteriekapazität. Ja, so eine große Batterie will natürlich auch aufgeladen werden und wir können das hier über Solarpanel machen oder wir können das ja auch über 230 Volt aufladen. Bei dem Solarpanel kommt es natürlich darauf an, wie groß ist euer Solarpanel und hier könnt ihr bis zu 1000 Watt an Solarpanel anschließen. Bei 230 Volt können wir die Batterie innerhalb von knapp eine Stunde aufladen. Mit dem Solarpanel kommt es natürlich darauf an, wie groß ist euer Solarpanel, das heißt, wie stark ist euer Solarpanel, dann wie steht die Sonne, wie stark ist die Sonnenintensität und so weiter. Also da dauert es dementsprechend etwas länger. Ja, und ist die Batterie voll, dann habt ihr hier nochmal eine Möglichkeit. Und zwar können wir hier über die Seite noch zwei externe Batterien extra anschließen. Ja, und dann haben wir natürlich noch mehr Batteriekapazität. Ja, bei der Batterie handelt es sich um eine Lift-Pro4-Batterie, also richtig High-End. Ja, das heißt, wir können hier über 3500 Mal die Batterie aufladen. Ja, und wenn ihr dann einfach mal zwischendurch anschauen wollt, wie viel ist es jetzt schon aufgeladen oder wie viel muss noch geladen werden, dann könnt ihr das einfach über der App machen. Da könnt ihr einfach drauf schauen, da müsst ihr nicht immer wieder zu der Powerstation rennen. Ja, und könnt einfach den aktuellen Standabfragen. Bei den Anschlüssen haben wir hier viermal 230 Volt Anschlüsse. Und was können wir hier reinhängen? Also wir können 2000 Watt Sinus anschließen. Also es heißt locker einen Föhn oder was man halt sonstiges einfach anschließen will. Also hier geht richtig was. Föhn, Wasserkocher, egal was. Und wir können hier einen Spitzenwert von kurzzeitig 4000 Watt anschließen. Also ihr seht schon, das ist richtig, richtig ordentlich. Ja, dann haben wir hier auch natürlich USB-Anschlüsse. Und wir haben hier einmal USB-A-Anschluss und USB-C-Anschluss. USB-A-Anschluss hat einmal 12 Watt Ausgang und einmal 18 Watt Ausgang. Und bei dem USB-C haben wir sogar bis zu 100 Watt Ausgang. Also es ist dann richtig, richtig ordentlich und es ladet einfach schnell eure Endgeräte. Ja, der gute alte Zigarettenanzünder, wer kennt ihn nicht mehr? Hier könnt ihr natürlich auch eure Geräte anschließen. Also wenn ihr zum Beispiel mit eurem Camper unterwegs seid und Endgeräte daran anschließen wollt, ist auch gar kein Problem. Das heißt, ihr könnt natürlich 12 Volt anschließen und sogar bis 10 Ampere Leistung verbrauchen. Ja, und wie funktioniert das Ganze? Eigentlich ganz einfach. Ihr braucht eigentlich erstmal nur einen Balkon und dann wie hier mit so einem schönen Windrad. Dann stellt ihr einfach euer Solarpanel auf. Das variiert je nachdem, was ihr verwenden wollt. Die Powerstation dazu. Dann schließen wir das Ganze über ein XT60 Kabel an, welches an dem Solarpanel schon dabei ist. Ja, und schon fließt der Strom. Das heißt, die Batterie wird jetzt aufgeladen und wir können das nachher verwenden. Ja, und für was verwende ich es zum Beispiel? Also ich lade damit meine E-Bikes auf, den ich fahre so ziemlich täglich mit dem E-Bike zur Arbeit. Ja, und dann möchte ich das Ganze natürlich aufladen und das ist einfach hier die kostenlose Variante. Ja, als Beispiel, je nachdem welches Akku ihr jetzt aufladen möchtet, zum Beispiel jetzt wie beim Fahrrad, habt ihr natürlich eine große Akkukapazität und hier könnt ihr so ungefähr rechnen, je nach Stromanbieter und Akkugröße, kostet euch im Schnitt so eine Aufladung mindestens 20 bis 50 Cent pro Aufladung. Aber es ist natürlich nicht nur im Bereich E-Bike aufladen, nein, ihr könnt also hier alles aufladen. Ja, ich mache hier mein Handy zum Beispiel dran, mein Laptop lade ich hier auf alle technischen Geräte, meine ganzen Kameras, alles könnt ihr hier anhängen. Und wenn ihr jetzt mal euch zusammenrechnet, wie viele Geräte ihr im Haushalt eigentlich habt, welche ihr ständig immer aufladen müsst, ja, dann könnt ihr euch vorstellen, wie viel Strom ihr letztendlich damit verbraucht. Ja, und somit haben wir hier natürlich eine kostenlose Energiequelle, die wir einfach jedes Mal immer wieder erneut einfach mit der Sonne aufladen können. Ja, und wenn die Powerstation da einmal dranhängt und gerade geladen wird, dann müsst ihr euch nicht mehr drum kümmern, ja, und ansonsten könnt ihr euch einfach um nützlichere Dinge kümmern, wie hier zum Beispiel seinem kleinen Kind ein bisschen was vorlesen. Ja, bei dem Aufbau könnt ihr das wie ich zum Beispiel so machen mit einem faltbaren, mobilen Solarpanel und ihr könnt es natürlich auch mit einem festen Solarpanel verbinden und so eure Powerstation aufladen. Ja, ich bevorzuge lieber die mobile Variante, weil die Sonne, die geht natürlich auch, die bewegt sich und da kann ich einfach mein Solarpanel immer wieder, ja, ausrichten. Ja, und dann habe ich einfach den optimalen Sonneneinfang. Ja, letztendlich hat natürlich auch die Powerstation und ein Solarpanel auch seinen Preis. Bei der Powerstation kommt es immer darauf an, welche nutzt ihr gerade. Also es gibt kleinere Varianten und es gibt die größere Variante. Da könnt ihr einfach mal schauen, was ist für euch sinnvoller. Ja, in dem Beispiel hier verwende ich die R2500 mit dem großen Akku. Wenn ihr jetzt zum Beispiel kleinere Varianten nehmt, dann sind die natürlich auch dementsprechend günstiger und da bleibt es euch überlassen, wie viel Geld ihr eigentlich ausgeben möchtet. Ja, jetzt ist der Betrag erstmal sehr hoch. Man denkt, oh, ein sehr, sehr hoher Preis. Ihr müsst es aber so sehen. Ihr könnt es jetzt hier zum Beispiel für euren Camper verwenden. Dann spart ihr euch hier schon mal die ganze Bord-Elektronik. Ja, und letztendlich mache ich das auch so, ich nehme die Powerstationen auch immer mit, habe die im Camper mit dabei und kann einfach dort noch meine Geräte mitlaufen lassen. Ja, bei dem Solarpanel kommt es natürlich darauf an, wie groß euer Solarpanel sein soll. Also wenn ihr zum Beispiel nur 100 Watt habt, 200 Watt, 500 Watt oder 1000 Watt, da geht es natürlich auch dementsprechend mit dem Betrag in die Höhe. Da könnt ihr natürlich auch selbst variieren, was ihr hier anschließen möchtet. Natürlich habt ihr hier erstmal eine Anschaffung, wie überall, also sei es die festverbaute Anschaffung, die ihr dann sowieso hättet oder hier die mobile Variante. Also die Anschaffung ist immer, dass man erstmal investieren muss, bevor man mal etwas rausbekommt. Ja, auf kurz oder lang könnt ihr euch selber ausrechnen, wie viele Endgeräte ihr hier zum Laden dranhängen könnt und irgendwann zahlt es sich natürlich aus. Ja, die Balkonkraftwerke, die werden momentan natürlich immer beliebter und normalerweise besteht ein Balkonkraftwerk immer aus fest verbauten Komponenten. Hier habe ich euch jetzt mal eine mobile Alternative angezeigt, die ihr nicht nur auf dem Balkon als Balkonkraftanlage verwenden könnt, sondern genauso noch unterwegs beim Campen oder auf einem Familienfest oder beim Grillen, egal wo ihr einfach noch Strom braucht und seid somit nicht daran gebunden, die ganze Anlage nur auf eurem Balkon ja quasi liegen zu lassen. Ja, letztendlich kommt es darauf an, für was du dich selber entscheidest. Für die festverbaute Variante oder für die mobile Variante. Ja, das war es auch schon wieder. Und wenn du uns unterstützen möchtest und dir das Video gefallen hat, dann lass gerne ein Like und ein Abo da. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Video, wenn es wieder heißt Technik schnell erklärt. Kost. Vielen Dank.